Okay, und damit sehr grüßt in den Zweck genommen habe ich zum Denkdottem zu einem neuen, ähm, ja, Henry's Dickman Game. Wir spielen Fleeing the Complex. Nachdem wir schon mal Escaping the Prison vor ein paar Monaten gespielt haben, fangen wir jetzt Fleeing the Complex an. Um, ja, dann, fangen wir mal an. Ah, hello Henry. Welcome to the wall. Some of the most cunning and notorious criminals are kept here, and now we have the infamous Henry Stickman. You're going to be here for a long time. Grigori, take him. You wait here until it's so found. Oh, wer ist denn das? Okay, wir sind gefangen in Holding Bay. Okay, jetzt haben wir hier wieder vier Möglichkeiten, wie das üblich ist bei Stickman Games. Okay, ja, das Spiel habe ich schon mal gespielt vor Jahren. 2016 habe ich das glaube ich mal 2016 oder 2017 mit sehr schlechter Qualität gespielt. Jetzt spielen wir es nochmal in einigermaßen guter Qualität. So, wait for transfer boost up. Chargedeckel. Ähm, also wo wir mal Chargedeckel. Mal ganz die Bilder. Oh no no. Oh no. Oh no. Oh no. Ähm, Aquatics. Hehe, Quantflip. Why will you prepare to climb? What? Nein! Wow! Oh no. Oh no. Tool gun. Oh no. Oh no. Oh no. Action. Lost. Yeah. Fail. Ähm. Let me try. Spider-Man. Haha. This is from here. It's not. Item. It's from Mario. Who? Who is there? It's Deutsch. Uh, Sir, I got a message. Yes, go ahead. Yeah, it looks like a Henry Stickman. Stickman? Stick, Stickman? Yeah. Henry Stickman has escaped. Hmmm... Are you still there? We have already done it. We are downstairs. We be quatreに上達見感じがありますね. Stop. Make me do this myself. That's a great answer. Eあ... Agnب flipsいく sj смотреть áreas. Let's try that. Puppansк Pui. Ja gut, ähm, dann gehen wir hin. Okay. Fünf netzend für das. Spooked. Ähm, dann ähm, Inja. Verdammt. Ja, dann bleibt uns wohl noch übrig. Inja zu kämpfen. Besiegt. Sehr gut. Jetzt fliegen wir mit dem Laster. Torsten. Frosty ist der Snowman. Wo ist dieser Snowman? Sandwich. Das ist ein Power Sandwich. Ähm, Schmerzschlüsse. Nice. Die sind wohl durch den Sound gebrochen. Na toll. Ähm. Jetzt, ähm, verdammt. Habe ich nicht reagiert. Ich musste schnell reagieren. Okay. Verdammt. Und. Und. Und hier. Slam. Sehr gut. Oh, nicht gut. Ich muss sagen, Henry, ich bin beeindruckt. Ehm. Du bist die erste Person, die die Wände zu schlafen. Warmstar. Oh. Alles. Kann ja mal schief gehen. Ach, Schöße. Ich muss sagen, Henry, ich bin beeindruckt. Wirklich, ich bin. Du bist die erste Person, die die Wände zu schlafen. Aber das ist der Ende für dich. Wir haben hier zwei Optionen, Henry. Du bleibst da. Ja, aber ich kann. Oh, Mann. Ich muss sagen, Henry, ich bin beeindruckt. Wirklich, ich bin. Du bist die erste Person, die die Wände zu schlafen. Aber das ist der Ende. Du hast zwei Optionen hier, Henry. Du bleibst da. Oder du zurück. Wir brauchen die richtige Wahl. Au. Eingesperrt. Maximum Sicherheit. Ich muss sagen, Henry, ich bin beeindruckt. Wirklich, ich bin. Du bist die erste Person, die die Wände zu schlafen. Aber das ist der Ende für dich. Wir haben zwei Optionen hier, Henry. Du bleibst da. Oder du bleibst da. Wir müssen einfach noch eine Möglichkeit haben. Was wird es sein, Henry? Wir haben keine andere Möglichkeit. Verdammt. Oh. Wir leben noch. Freiheit. Sehr gut. Wir sehen uns da. Haben wir es geschafft. Einer der Enden. Das war noch hier. Das Spiel, was wir mal gespielt haben. Wie hieß das? Diese Grenzkontrollen-Dinger. Wie hieß das? Ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen. Ähm. Wir machen es nochmal. Versuchen mal einen anderen Weg. Hallo. Okay. Diesmal. Boost ab. Versuchen wir hochzukommen. Wir müssen uns von ihr helfen. Wir müssen uns von ihr helfen. Sehr gut. Durch die dicke. Durch das dicke Fenster. Hinauf. Fessel springen. Ähm. Ja. Ihr müsst mal helfen. Die nehmen wir natürlich mit. Und ich bin so, wie viel ich egal bin. Ich bin nicht egal. Ich habe es geschafft, buffen meine Leute auf und mache 70 Dammage. Das ist lustig. Das ist lustig. Das ist richtig. Das ist ein schönes Zeug. 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 Es ist ein schönes Zeug. Hey, buddy. Ja. In Bonds, Form. Zinfelze, Take-Down. Jetzt, Drake. Oh, ja, lass, Noe. Ja. Ähm, Mauds-Boss. Na dann wohl. So. Und weiter. Okay. Die Force. Nutze die Nacht. Als ob das geklappt hat. Alle sind frei. Äh, Taser. Und ich dann, Sniper-Wifel. Au. Okay, hat geklappt. Na ja. Hey, I just grabbed these. Maybe they come in handy? Are we waiting for someone? I thought you put us. Uh, pass by. We'll regroup with, uh, third floor. And we'll help them clear out maximum security. What do you think? Duh, I like. Who get the guards? Oh, nein. Looks like they brought through this guy's, um... Pull the elevator. Clinton. Thanks. Can you believe this inmate operating? Crazy, huh? Yes, it is pretty crazy. Oh, are you guys new here? Oh, yeah. We transferred. From the eighth floor. From the cafeteria. Nice try, inmates. Ah. Verdammt. Toss. There is Convict here. Get down on ground. Oh, well. Ah, I like it. The chaos is coming out. No! Let me excel inmate. What do you mean? Ah, what? We must retten, ehm. What, you think that will upset me? Oh, getting my score? Oh, the september clapped. Oh, the september clapped. Oh, the september clapped. Ah, it's up. The september clapped. So, let's get out of here. Ahm. Just, it's something. Nooooh! Yeah. Ahm. The two guards. Well, if it isn't here, Es hat ein Schild, ein Straßenschild verpügelt. Sehr gut! Wenn man ein weiteres Ende freigeschaltet. Okay. Wir versuchen noch ein drittes Ende. Ähm. Wait for transfer? Play that. Is Grigori. Huh? Yeah, you know a new one, Henry? Oh, he's wrong. Is dead. We got first one? Yes. Put him with others. Okay. Okay. Ups. Ja gut, das war wohl nix. Wait for transfer. Alright. Let's go. Have a good time. Ach ja. Jetzt sind wir hier wieder. Fake Illness. Äh. Sonic Pulse. Teleporter. Laserplane. Versuchen wir doch das was immer funktioniert. Ein Teleporter. Hat bisher immer funktioniert. Malerische Musik. Tja. Nachschi. Sonic Pulse. Outsch. Das hört in meine Ehrs. Laserplane. Oh, das hat gecloppt. Government. The Botclown. Um. Yes, hello. Henry? Where are you? Oh, in the complex. Called the wall. Oh, yes, of course. We'll be right there. Sit tight. I'll let you know when we're close. Where exactly are you? Cafeteria. Okay, got the map here. Yes, there you are. Alright. How do you want to do this? Um. Undercover I can't. Hey, Henry. Oh, nein. Yeah, I'm undercover. Yeah, I'm here to break you out. What? Oh, nein. Yeah, he spent three years undercover. What a waste. So long. Oh, she's dead. I forgot to see the mask off the other side. My mom. Oh, hi, Henry. Let's go. Geht zu dem Airship! Geht zu dem Airship! Da geht es um ein Spiel. Das haben wir glaube ich auch noch nicht gespielt. Wir haben damals mal gespielt. Extraspiel. Magnet. Oh Mann. Das war aber nichts. Stingshot. Gut dann. Das war ein nahes, Henry. Aber ich werde dich nicht aufholen. So, ohne dich bin ich wieder der Leader des Toppet-Klan. Ich wollte dich nur in den Augen sehen, als ich es alles zurückgebracht habe. Auf Wiedersehen. Nein. Ja, auch ein Ender. Ach du Schande. Ja, ein schlechtes Ender. Gut, kriegen wir noch ein gutes hin. Ach, hier haben wir die ganzen Möglichkeiten. 0 von 2, hier haben wir noch 0 von 2. Ach, wir haben alle 3 Enden oder was? 2 von 4, hier haben wir 2 von 4. Ähm, nein Kuchen. Ach, das ist im Wunderland. Der ist der, äh der hier, der Obelkuchen. Ja, vielleicht irgendwas, das haben wir noch nicht. Ich bin krank. Ach du Scheiße. Ach, die Antenne. Ach, die Antenne. Ich habe nicht nur 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 freien. So, hier haben wir jetzt alles. Ähm, hier haben wir noch relativ wenig. 0 von 3 Enden. Speed Jooms. das hat geklappt das haben wir noch schon mal gemacht okay ja haben wir jetzt eigentlich schon anders sehen wir noch gar nichts ja hier Judo-Troll, eine Qualitätung, gut, ähm, hier, ich habe einen Crossbow und eine Granade. Oh, oh oh. Ja. Ähm, hier machen wir mal dran, nein, nein, nein. Was zum Hängen. Und das hier. Okay, und hier haben wir noch was, nicht gemacht, doch hier haben wir alles schon ausgetestet, oder? Ne, das hatten wir noch nicht. Ja, okay. Ja, dann habe ich glaube ich alles gezeigt, was es hier noch so zu sehen gibt. Eigentlich schon. Na dann. Wenn ihr euch nach oben sonst gefallen habt, dass ihr noch neu seid und das nächste Henry Stickman Video nicht verlassen wollt. Ja, man sieht sich in einem nächsten Video wieder. Haut daran an und bis dann. Ciao, ciao. Okay. Oh yeah, last note, okay. Hahaha. Bis zum nächsten Mal.